Ich habe geschrien, ich habe gesagt nein, bitte nicht. Ein ziemlicher Schock war das schon. Bei mir zieht es einfach den bunsen Füßen weg. Mein Name ist Katrin und mein Sohn hatte Blutkrebs. Also Titus hatte zum Schluss gar keine Flüssigkeit mehr zu sich genommen, also keine Milch getrunken. Titus ist unser drittes Kind. Ich hatte wirklich gedacht, dass wir da am Zahn liegen, weil er schon einen Zahn bekommen hatte. Bin zur Apotheke hingegangen und da hatte ich wirklich das Glück, dass die Apothekerin sagte, dann fahren sie doch besser mal zum Notdienst. Dann haben wir halt diese Kette ausgelöst. Das wurde dann wirklich vom Notdienst ins Krankenhaus überwiesen, Blutabnahme und dann halt nach zwei, drei Stunden stationäre Aufnahme. Dann hieß es dann, wir vermuten Leukämie und ja, das war wie so eine große Keule war das dann. Ich war immer sehr traurig, weil ich wusste ja nicht, wie das jetzt endet, ob der jetzt gesund wird oder jetzt nicht. Das wusste ich ja nicht. Und wir haben einfach immer an das Gute gedacht. Wenn ich an Blutkrebs denke, dann denke ich an... Ja, leere Zimmer oben, lange Spielsachen da und ja, der war aber jetzt nicht da, der Fandemann. Die Familie wurde so entzehrt. Also das war für mich die Bestrafung schlechthin. Tod denke ich teilweise auch mal. Wir haben ja auch teilweise mal von Leuten gehört, Kinder, die dann ein Kind verloren haben. Wir waren ja eigentlich Ende 21 durch mit dem Thema Leukämie. Da hieß es ja, ist Leukämie frei. Und da hat man wieder festgestellt, es ist wieder was da. Da gab es noch zu einer anderen Therapie, KT-Zellen, eine leichtere Therapie als die Knochenmarkspende. November 22 wieder was festgestellt worden. Da war hier im Mittag, rief mich uns die UKM dann an, sie brauchen jetzt definitiv eine Knochenmarktransplantation. Dieser Tag, der Anruf so BAMS. Dann war wieder so Boden weg. Dann hieß es erst, eventuell könnten die beiden Geschwister, die beiden Mädels Spender sein. Wir mussten nach Münster auch in die UKM fahren. Dann wurde uns Blut abgenommen und dann wurde es halt ins Labor geschickt. Und dann wurde es untersucht, ob wir Titelspender sein können. Passt nicht. Wir brauchen einen Fremdspender. Am 3. Januar 23 krieg ich bei der Arbeit einen Anruf. Wir fahren jetzt nach Hause und wir haben drei Spender. Ich so, wir haben drei Spender. Ich so, mega. Ja, Freude hoch 10. Da sind wir ins Krankenhaus gegangen. Dann sieben Tage Chemotherapie, eine richtige Keule. Und dann gab es am ersten dritten halt dann die neun Superzellen. Ohne unsere Spender wären Titels vielleicht schon gar nicht mehr bei uns. Wir sind einfach nur riesig dankbar, dass der Mann gespendet hat für uns und es dem Kleinen nicht so gut geht. Kann man nicht in Worte beschreiben, irgendwie. Mhm. Da kommt schon wieder bei mir getreten. Alle zwölf Minuten erkrankt in Deutschland ein Mensch an Leukämie, an Blutkrebs. Und nur durch euch, wenn ihr euch registrieren lasst, ist es möglich, dadurch ein Menschenleben zu retten, ohne den Spender, den wir gefunden haben für Titus. Der Titus nennt jetzt unser Titus. Registriert euch auf dekms.de, um euch mit meinem Bruder zu helfen. Mund auf, Städtchen rein, Spender sein.